Das heiße Wasser in einem Speicher-Wasser-Erwärmer kann als geschlossenes adiabates System betrachtet werden. Wird kein Kaltwasser zugeführt und kein Warmwasser entnommen, so befindet sich im Speicher immer dieselbe Menge Wasser. Sofern die Isolierung des Speichers ideal wärmeundurchlässig ist und keine Wärme von außen zugeführt wird, liegt also ein geschlossenes System vor, das zugleich adiabat ist.